Warum schickt uns niemand Engel, die uns schützen und verstehen? Oder Geld, es muss nicht viel sagen, nur ein bisschen wäre es schön. Ich glaube, Gott hört mich nie an, dabei geht ich oft um so viel ich kann. Ja, sie trifft den Schmuck, der fasziniert für alle jeden Pärre. Die sie zieht sich an für eine Nase oder Ohr, die ein Mann an sie. Einzelkampf verloren, die Moral davon, 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 die Moral davon. Ich weiß es nicht!